Ja, sieht er da nicht, der ist da an. Hallo, Pepe. Ja, dann ist er auch schon wieder da. Wohin, ich zieh jetzt das Huhn. Na ja, der sitzt am Kinderstall. Der sitzt auf der, auf einem, direkt auf dem Kinderstall. Aha. Ich zieh sie nicht. Ich zieh sie nicht. Ach so. Wir müssen richtig da rein. Da ist es da. Da ist es da. Wo? 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 Oh, komm mal her. Komm. Jetzt müssen wir es auch gleich richtig fangen. Okay. Sonst flottert er weg. Okay. Hey, da siehst du. Ja. Dann machen wir mal die Klappe. Ja. 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 Ja, sie. Immerhin. Genau. Dann sitzt man hier, anstatt da rein zu gehen. Warum ist sie ja doof? Weiß ich nicht. Der Hahn hat schon gepackt. Was? Da waren, sonst saßen sie immer zu zweit da. Welche? Da sind diese Jugendlichen, die so hoch noch sind. Ach so. Und sie saßen immer zu zweit draußen. Und das war ja jetzt immer gar nicht so schlimm. Sie haben es ja auch überlegt. Aber demnächst wird es so sein, dass wir die Esel auch reinholen. Oh. Dann schlafen die nachts drinnen. Und dann ist kein Esel mehr da, der aufpasst, dass der Fuchs sie nicht glaubt. Ja. Sonst sind die Esel ja da und passen auf, dass der Fuchs sie nicht glaubt. Aber so schnell kommt der, glaub ich, muss nach hier machen. Sonst kommen wir dann nicht durch den Baum. Mhm. 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 Sind da noch hinterliche Hühner? Ja, die sind aus diesem Jahr, ne? Mhm. Wann sind die geboren? Ach, im Mai, würd ich sagen. Mhm. Ich glaub, die sind im Mai geschmissen. Mhm. Mhm. Mhm.